Mit dem Kahn? Ich fahr nicht mit diesem klapprigen Kahn. Der hat Löcher, der säuft halb ab. Wenn wir uns da reinsetzen und losfahren, wir gehen unter. Ich habe schon Schiffe gesehen, ja? Fantastische Schiffe. Dieses Ding? Niemals. Never. Niemals. Das könnt ihr voll vergessen. Anderes Schiff, Anderes. Hey, was denn?